Mein Name ist Valerio Stallone und ich bin Studienleiter des COS Advanced Digital Marketing an der ZHW School of Management and Law. In diesem COS lernen Sie den Umgang mit aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im digitalen Marketing. Nach dem Abschluss können Sie eigene Initiativen in KMUs und Grossunternehmen analysieren, beurteilen sowie eigenverantwortlich umsetzen. Konkret lernen Sie in dieser Weiterbildung, wie Sie Online-Promotionen konzipieren, umsetzen und evaluieren können. Im Zentrum steht dabei eine kundinnen- und kundenzentrische Erangehensweise. Auch der respektvolle Umgang mit privaten Userdaten sowie technologischen Trends sind Schwerpunkte dieses COS. Dieser COS richtet sich an Digital Marketing Spezialistinnen, die über mehrere Jahre Berufserfahrung verfügen, aber auch an Mitarbeitende und Geschäftsleitende von Marketingagenturen. Sie eignen sich in diesem CAS umfassendes Verständnis über komplexes digitales Marketing an und lernen dabei Tools und Technologien kennen, die Sie so direkt in Grossbetrieben und KMUs einsetzen können. Der CAS ist in zwei aufbauende Module gegliedert. In Modul 1 kreieren wir die Voraussetzungen für die operative Zielgruppen- und Zielpersonenansprache. Dazu nehmen wir verschiedene Instrumente des Digital Marketings genauer unter die Lupe. In Modul 2 geht es dann um die Relativierung dieser Instrumente und um den Umgang mit den heutigen Bedingungen. Die Zusammensetzung der Dozierenden und Referentinnen ist hochkarätig und sehr praxiserfahren. Unsere Veranstaltungen werden über 12 bis 14 Wochen verteilt und finden vor Ort in Winterthur sowie auch online statt. Ihre Leistungsnachweise können Sie für das eigene oder arbeitgebende Unternehmen erbringen. Dabei unterstützen und coachen Sie unsere Expertinnen und Experten aktiv. Der CAS Advanced Digital Marketing kann einzeln oder als Teil des MAS Digital Marketing absolviert werden. In diesem MAS ist der CAS Advanced Digital Marketing auch gleich ein Pflichtlehrgang. Ich würde mich freuen, Sie bald im Rahmen des CAS Advanced Digital Marketing persönlich begrüssen zu dürfen und stehe Ihnen selbstverständlich bei weiteren Fragen zur Verfügung. Okay, jetzt patristen. Sie beinhalb des K.A.B.